ARD Text im Auftrag von Funk Hallo, hier ne Mühe wieder! Ja mach halt dann, Käppl! Ich? Kann mal ich jetzt machen, wenn dir wieder was umstellt. Wie ich gerade dabei bin? Ich wollte die Tür umschauen. Zu mir? Ja, Freunde. Und mir findest du nix Neues. Warum nix Neues? Baumsch! Hapsch! Ich würde ja mal zähle sagen. Warte, warum bewext dich dich wohl? Bist du mal, wenn du da oder einer kommt, ne? Wer dir? Wen? Vor dir oder einer kommt? Ich bin auf der anderen Seite. Scheiße, da habe ich gehackt und dann bin ich woanders stehen gekommen. Ich bin schon mit. Also CSO und PR haben wir wahrscheinlich auch von hinten liegen. Also, man sieht vielleicht. Können wir uns das gleich nicht zeigen. Schon wieder. Ich hoffe es jetzt auch zu machen. Okay, ich schau mal, dass ich keinen Lamm mehr ausleisch. Das war super Timing. Die waren halt noch kaputt von dir. Ja. Und dann als ich durchgehend bin, haben sie es aktiviert. Ja. Okay. Was habe ich? Ja. Ja. Ich habe es gerade in der Miner zieht. Oh, jetzt ist ein scheiß Winterlater. Da bringt mir überhaupt nichts. Ja. Ja. Scheiße. Nicht rufen. Und dann... Scheiße. Ja. Was hat er? Ja, hopfen wir hoch und da hätte ich alle gefallen, damit sie sagen, dass ich wirklich laut bin. Ja, reinige. Ja, das ist ein scheiß mehr. Wir werden. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Zeig. Äh, da hab ich falsch geholt. Ich weiß nicht warum du da hackst. So. Sehst du was da schon gemacht oder? Nein, das hab ich gemacht. Da hab ich halt Zeug gemacht, damit mich keiner stört. Jetzt hab ich wieder Zeit. Okay. Ist das bei dir oder weh? Ja. Ne, da hab ich nicht gesehen. Bei Pirates baut Mine nicht bei dem... Ziemlich vorn zieh jedenfalls. Also die eigentlich geboren, wenn die noch kommt. Also wenn die einfach da kommt. Das war bei mir so einer. Also... Warum hab ich die nicht gesehen? Ah, okay. Ich hab's da entschärft die Mini. Vergesen gehabt. Ja gut. Ja gut. Jetzt kannst du zwei schöne Fläche. Aber leise, oder? Wenn du Waffe zeigst, dann macht übrigens auch ein Geräusch, gell? Ja. Der Meiner macht euch ja ruhig wieder aufgezeigt. Ja. Ich bin jetzt voll auf den typen Tag gelang. Und ihr könnt euch ja eigentlich wieder bewegen, wenn ihr da drin bin. Mit dem Modus da an der Wand drehen. Weih! Ja. Ich muss wieder össer gehen, doch da. So. Oh. Ja. Und sondern rechts ist dann gleich ein Schaltdazimulation. Macher. Dauert dann zehn Sekunden. Das ist ja keiner. Geh nochmal Pirates. Und jetzt. Du sollst auferegen, wo ihr schauen, wo ihr kommen könnt, wenn ihr es so habt. Oh. Scheiße. Der hat drin übergezogen. Der war mitten drin, der strahlt ja drin. Da hab ich es gar nicht mehr sehen können. Der war zu. Was macht er da? Ist der ein Peisender auszuschatten? Was macht er? Er macht natürlich ein Keftronade. Heißt, was ist das denn? Ich hab' den Pirates. Pass ich jetzt dann an. Home. Ja. Achso. Der ist schon wieder gekommen zu mir. Der hat ihm irgendwie durch das Bild gescheit. Er hat gar nichts gemacht. Was hast du das gemacht? Ja und? Da war keiner da. Ich war nicht auf den falschen Weg gegangen. Und ich hab ihn ausgespürt und das war's drüben da. Ja mach ich mal. Es ist komisch, dass der so immer drastisch fällt. Ja, so weit sind wir nicht mehr. So weit sind wir nicht mehr. So weit sind wir nicht mehr. Okay. Ja, also die beste ist die Submaschine werden. Echt? Ja. Verdammt schnell und verdammt voll auch. Ich hab ihn schlossen.